Das Staatshaftungsgebiet Das Staatshaftungsrecht beschäftigt sich, die hellwachen unter Ihnen, wird das nicht erstaunen, mit der Frage, wann unser Staat für das Handeln seiner Amtsträger haftet. Die heutigen Haftungsinstitute sind bei weitem nicht selbstverständlich. Sie haben sich über viele Jahre herausgebildet. Letztlich gehen sie auf das allgemeine preußische Landrecht von 1794 zurück. Zunächst stellt sich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage der Staat haftet. Der Staat kann nach öffentlichem Recht, aber auch nach Privatrecht haften. Uns interessiert in dieser Videoreihe nur die Haftung nach öffentlichem Recht. Die Privatrechtliche Haftung ist aber auch interessant. Das werden Sie merken, wenn Sie sich darauf separat einmal einlassen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Immerhin kann auch die Privatrechtliche Haftung des Staates im Examen relevant werden. Sie sollten sich also dringend auch damit beschäftigen, jedenfalls wenn Sie im Examen viele Punkte ergattern wollen. Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Haftung unterscheiden wir die unmittelbare von der bloß mittelbaren Haftung. Wenn der Staat unmittelbar haftet, ist er ohne weiteres, ohne einen weiteren Zwischenschritt der Anspruchsgegner. Dies ist die Staatshaftung im engeren Sinne. Fast alle staatshaftungsrechtlichen Ansprüche folgen diesem Modell. Anderes gilt bloß für den so besonders wichtigen Amtshaftungsanspruch. Hier haftet der Staat nur mittelbar. Unmittelbar ist der Amtsträger selbst der Anspruchsgegner. Dies mag erstaunen, aber keine Sorge. Regelmäßig wird diese Haftung auf den Staat übergeleitet. Sie können also unbefangen später in den öffentlichen Dienst treten. Eine persönliche Haftung wird sie nicht treffen. Anderes gilt nur, wenn sie als Amtsträger jemanden vorsätzlich schaden. Aber das ist ja hoffentlich eine ganz abwegige Vorstellung. Weiter interessiert uns, was der Staat im Rahmen der Staatshaftung schuldet. Das kann ein voller Schadenersatz im Sinne der § 249 BGB, eine bloße Entschädigung, die tatsächliche Wiederherstellung des Status quo ante oder eine Gelderstattung sein. Je nach Anspruch schuldet der Staat entweder ein Tun, Dulden oder Unterlassen. Meist geht es um eine Geldleistung. Die spannendste Frage aber ist, aus welchen Gründen haftet der Staat? Vier Konstellationen sind zu unterscheiden. Wenn der Staat aufgrund eines rechtswidrigen Verhaltens haftet, sprechen wir von der Unrechtshaftung. Auf rechtswidrigem Verhalten basieren vor allem die Amtshaftung, die unionsrechtliche Haftung der Mitgliedstaaten und der sogenannte Folgenbeseitigungsanspruch. Der Grund für einen staatshaftungsrechtlichen Anspruch kann aber auch darin liegen, dass der Staat von jemandem ein Sonderopfer verlangt hat. Unrecht wird da nicht vorausgesetzt. Aus einem Sonderopfer beruhen der allgemeine Aufopferungsanspruch und die Ansprüche wegen eines enteignungsgleichen und enteignenden Eingriffs. Auch bei der Enteignung und der ausgleichspflichtigen Inhalts- und Schrankenbestimmungen haben wir es der Sache nach mit einem Sonderopfer zu tun. Weiter gibt es drittens den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Er setzt, wie im Zivilrecht, eine ungerechtfertigte Bereicherung voraus. Schließlich kennt das Staatshaftungsrecht viertens auch die aus dem Zivilrecht entwickelte Haftung innerhalb einer öffentlich-rechtlichen Sonderverbindung. Der Haftungsgrund ist hier oft eine Pflichtverletzung. Sie merken, es gibt eine Vielzahl von Haftungsansprüchen, wenn das kein Grund ist, sich mit dem Staatshaftungsrecht zu beschäftigen. Aber lassen Sie bloß nicht, wie man so sagt, den Kopf hängen. Es ist zwar, worauf ich jetzt nicht näher eingehen möchte, ein Skandal, dass das Staatshaftungsrecht noch immer nicht umfassend kodifiziert wurde. Die Gesetzgebungsdazu hätte der Bund. Schauen Sie sich gelegentlich mal im Grundgesetz Artikel 74 Absatz 1 Nummer 25 an. Aber auch so, wie es jetzt ist, lässt sich das Staatshaftungsrecht durchschauen. Es ist, wie ich schon anfangs gesagt hatte, keine Rocket Science. Das werden Sie erkennen, wenn Sie sich unsere Videos angeschaut haben. Mit Abstand am wichtigsten ist der Amtshaftungsanspruch. Ich rate Ihnen natürlich nicht, im Staatshaftungsrecht auf Lücke zu lernen. Wenn Sie dies aber wollen, sollten Sie sich jedenfalls mit dem Amtshaftungsanspruch beschäftigen. Weil dieser Anspruch so besonders wichtig ist, gibt es dazu zwei Videos. Auch den folgen Beseitigungsanspruch werden wir in einem eigenen Video genauer betrachten. Die nächsten drei Videos beschäftigen sich also mit der Unrechtshaftung. Dann folgen drei Videos, die sich mit Ansprüchen wegen eines Sonderopfers befassen. In einem Video schauen wir uns die Enteignungsentschädigung und den Ausgleichs bei Inhalts- und Schrankenbestimmungen an. In den beiden anderen Videos geht es um den allgemeinen Aufopferungsanspruchs und dessen Parallelen zum Entschädigungsanspruch wegen eines enteignungsgleichen und enteignenden Eingriffs. Abschließend werden wir die Reihe mit einem Video, in dem wir den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch und die Haftung innerhalb öffentlich-rechtlicher Sonderverbindungen im Überblick behandeln. Damit sind wir am Ende unseres Einführungsvideos. Ich hoffe, dass Ihnen schon der Einstieg gefallen hat. Eines kann ich Ihnen versprechen, read my lips. Wenn Sie sich diese Videoreihe angeschaut, zudem regelmäßig in der Vorlesung und in kleinen Gruppen mitgearbeitet, mein Skript studiert und schließlich auch noch gelegentlich in Lehrbücher geschaut haben, sind Sie bestens auf die staatshaftungsrechtlichen Fragen im Examen vorbereitet. So viel ist gewiss. So viel ist gewiss.